Hallo ihr Lieben, ich bin Christian Schumacher, Paderwal, beziehungsweise Sturmsychologe. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachtstage. Bevor es losgeht, zum 1.1. wird es eine kleine Preishörung geben an meinen Kursen. Es wird auch nicht jeden Kurs betreffen und wenn dann ein paar Euro. Aber vielleicht wollt ihr das vermeiden, dann holt ihr euch noch bis 1. Januar. Und bevor wir jetzt zum Video kommen, habe ich noch mal zwei Fragen an euch. Also wer sich interessiert für so ein, wie es mal so genannt, oder haben wir so genannt, Hemschi-Pill-Seminar. Es heißt Flirt-Training für Männer oder eventuell auch Flirt-Training für Frauen. Das war noch nicht so genau überlegt. Gerne mal in die Kommentare schreiben. Und auch, wer sich interessiert, das ist ja eine Sache, die ich bisher noch nicht so habe raushängen lassen. Ich überlege, ob ich so eine Fortbildung mache in körperorientierter Beratung, Therapie. Wer sich dafür interessiert, einfach mal ganz unterbindlich mal in die Kommentare schreiben. Und nun geht's zum Video. Wir gehen mal direkt los. Ich bin Christian Schumacher, Pader, Beziehungscoach. Macht auch unbedingt die Kurse, wenn ihr auf meinem Kanal seid, solltet ihr unbedingt Modul 1 machen. Umprogrammungsliebeschips auf liebeschip.de. Und ja, eine Nachricht von Rastefkola. Könnt ihr über ein Formular auf liebeschip.de machen. So, lieber Hemschi, ich habe dir vor einem Jahr schon mal meine Frage gestellt und du hast sie per Video beantwortet. Vergebener Mann. Na, vielleicht verlinke ich das hier nochmal. Letztlich hast du sowas von recht behalten. Es ging leider noch unaufmäßig, bis ich habe eigentlich fast immer recht im Beziehungsding. Zumindest, wenn es um toxische Beziehung geht. Nicht, weil ich so super schlau bin, sondern weil ich das alles selber erlebt habe und weil diese einfach ablaufen, wie die Deutsche Bahn, hätte ich fast gesagt. Also, immer gleich, ne? Immer die gleiche Verspätung. Nein. So. Bis ich schließlich zufällig herausfand, dass er von der Ex-Freundin nie getrennt war. Obwohl er mir das verkündet hatte. Ja, gut. Guckt euch das Video gerne nochmal an. Auch im Nachhinein nichts als Lügen. Mittlerweile besteht Null Kontakt und ich bearbeite da Modul 1. Ja, hier haben wir es ja. Heute habe ich eine andere Frage. Ich habe mittlerweile einen neuen Stadt, einen neuen Mann kennengelernt. Ende 20, kinderlos, Single. Alles läuft ziemlich gut und er ist sehr verlässig, meldet sich regelmäßig. Wir treffen uns drei bis vier Mal die Woche, wenn es zeitlich passt. Wir hatten schon nach wenigen Treffen in Exklusivität vereinbart und treffen uns nun seit zehn Wochen. Er kennt schon mehrere meiner besten Freunde und ich kenne einen seiner besten Freunde. Für mich ist es an der Zeit, den Beziehungsstatus offiziell zu klären. Vor allem in den letzten zwei Wochen hat er oft Treffen initiiert, auch noch spätabends und sogar einmal Homeoffice bei mir gemacht, um bei mir zu sein, als ich krank war. Ich hatte also anhand seines Verhaltens den Eindruck, dass er bereit für was Festes ist. Ich sprach es an und bekam die Antwort, dass er, Leute, erzählt mir, aber erklärt mir bitte mal für jemanden, der vor 2000 geboren ist, erklärt mir bitte mal, was ist der, wenn du dich ständig trippst und rumpfvögelst bis zum geht nicht mehr und ihr exklusiv seid und ihr seid, wie lange seid ihr jetzt hier zusammen? Ja, sagen wir mal, weiß ich nicht, drei, vier Monate oder so, keine Ahnung. Was ist denn der Unterschied zwischen Exklusivität vor allem und Beziehung? Ich verstehe das einfach. Ich verstehe es wirklich nicht. Seit zehn Wochen. Warum kann man nicht sagen, es ist eine beginnende Beziehung? Also was soll das? Also ich raffe es nicht, ey. Ich sprach es an und bekam die Antwort, dass er sehr lange braucht, um sich fest binden zu können und zu wollen und dass er in der Vergangenheit eine Beziehung gescheitert sei, weil durch zu frühe feste Bindung unter Druck und Erwartung gesetzt gefühlt hätte. Ja, aber wenn du sagst, es ist eine Beziehung, du kannst dich doch jederzeit trennen. Ich meine, was ist denn der Unterschied, ey? Also jetzt muss man sich überlegen, ist das nur so ein semantisch-sprachliches Problem oder haben wir hier jemand, der stark bindungsängstlich agiert, ne? Ich vermute letzteres, aber ihr dürft mich gerne berichtigen, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, Hempfi, du hast keine Ahnung heutzutage. Machen wir das so? Schreibt es gerne in die Kommentare, aber ich verstehe das nicht und ich würde auch denken, da werden sich irgendwelche Hintertürchen offen gehalten, dass man hinterher sagen kann, ja, wir hatten ja keine Beziehung und du dann denkst, unter Obständen gar nicht. Also ich würde ihn mal fragen, was denn für ihn der Unterschied ist. Ganz konkret, was wäre anders, wenn das jetzt Beziehung heißt oder wenn das exklusives Dating ist über Jahrhunderte? Was ist genau der fucking Unterschied, ne? Also wenn er dich wirklich gut findet und so und du ihn gut findest, dann könnte man sicherlich da auch weiterkommen, so. Und weil, also jemand, der Angst hat vor Erwartungen, der muss das für sich klären. Das heißt jetzt nicht, dass du keine Erwartungen an ihn haben darfst, irgendwie so, ne? Der muss für sich das klären und muss für sich sich abgrenzen notfalls, wenn du zu viel von ihm erwartest, ne? Aber dann zu sagen, wir haben überhaupt keine Beziehung und hinterher heißt das dann irgendwas für ihn, wo du überhaupt nicht mit gerechnet hast? Weiß ich nicht. Dann sagt er, dann klutscht er mit 20 Frauen rum und sagt, ja, es war ja nur sexuelle Exklusivität oder er hat Analverkehr mit Frauen und sagt, ja, wir hatten ja nur Vaginalsex-Exklusivität. Ja, also das will ich mir nicht antun, ne? Man weiß, man denkt immer nicht, wie verrückt das ablaufen kann, wirklich. Ähm, es sei noch nicht so weit, strebe aber insgesamt eine Beziehung mit mir an. Ja, also wer das nach zehn Wochen noch nicht weiß, der wird das auch nach zehn Jahren noch nicht wissen, würde ich mal behaupten. Oder es wird tausend Probleme geben. Äh, ich war natürlich sehr enttäuscht und verletzt, bin es auch immer noch. Ich kann das nicht nachvollziehen, wie er sich, obwohl alles so gut läuft, so unsicher sein kann. Nee, er steht da, wo er steht und das ist auch, also er hätte ich ja nicht belogen jetzt hier. Also wirklich, ist alles gut. Ist bis hier nichts passiert. Ähm, und ihr tauscht einfach nur unterschiedliche Meinungen aus und du kannst jetzt überlegen, was du damit machst, ne? Obwohl es sehr gut passen könnte, ja. Aber du kannst nie mal im Kopf gucken, ne? Meine Frage ist nun, ob ich es direkt beenden soll, gerade vor dem Hintergrund meiner schlechten Erfahrung. Äh, vor allem mit dem Mantra des Jahres, der sich natürlich auch nicht binden wollte, trotz ewiger Beteuerung. Ja, wir wollen ja unseren Schliebelschip umprogrammieren. Du bist ja auch schon dabei mit den Kursen. Das ist ja auch, ähm, großer Zweck von meinen Kursen. Und, ähm, ja, da muss man natürlich, wir wollen ja das Muster gerade durchbrechen, dass immer die gleichen Typen anziehst. Und das ist natürlich total alarmierend, wenn das das Gleiche ist. Und wenn du da voranschreitest in meinen Kursen, dann wirst du auch feststellen, dass ich von, äh, für Leute, die so einen unsicheren Liebeschip haben, das ist jetzt keine moralische Sache, dass ich so unklare Beziehungsmodelle eigentlich ablehne, so, ne? Also wenn man mal wieder so richtig gesettelt ist, dann kann man ja alles Mögliche ausprobieren. Aber, äh, vor allen Dingen, also du müsstest mindestens, aber, also es, es hört sich nicht gut an, müsstest mindestens fragen, was er eigentlich damit meint, ne? Er hat selbst schwierige Familienverhältnisse erlebt und ich kann bei ihm, kann mir bei ihm Bindungsangst vorstellen. Oh, ja! Er hat aber mehrere Beziehungen, die längste davon circa vier Jahre. Ich möchte nicht grundlos wegwerfen, was vielleicht eine gute Chance hat, aber keinesfalls möchte ich mich hinhalten lassen über deine Schwungslos. Ehrliche Meinung würde ich mich freuen. Bis dahin frohe Festsage. Einen guten Rutsche. Vielen Dank für deinen Content. Äh, viele Grüße an der Tevkulitschkolaskula. Können wir mal jemand anders schreiben, was immer diese Russin, ähm, also, ich meine, es ist deine Entscheidung. Jetzt ist ja nicht viel passiert, ne? Ich, aber du müsstest mindestens genau rauskriegen, was er damit meint. Da du aber so ein Muster in die Richtung hast, bin ich da sehr skeptisch. Und du bist jetzt noch unter zwölf Wochen, das heißt, eine Trennung wäre jetzt, äh, ab, ab, ähm, drei Monaten wäre eine Trennung so ätzend, ne? Dann hat man viel mehr Bindung und können es jetzt noch gut raus, so, ne? Ähm, aber, ich will dir das jetzt nicht, das ist deine Entscheidung. Ähm, und vielleicht, ähm, wenn er sagt, ich kann mir jetzt, ehrlich gesagt, kein, kein Szenario vorstellen, wo das so unproblematisch ist, aber, wie gesagt, du musst rauskriegen, was er meint und du musst zumindest da mal intensive Gespräche drüber führen und dann wirst du wahrscheinlich ein Gefühl kriegen, so, ne? Aber dadurch, was, was anderes willst als Bindungsängstler, vielleicht musst du auch mal deine eigene, womöglich vorhin eine Bindungsangst angucken, äh, halte ich das jetzt für nicht so ein gutes Match, so, ne? Aber wie gesagt, das ist deine Entscheidung, ähm, aber ich, 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 ich weiß nicht, was das soll, irgendwie, ne? Ganz ehrlich, was soll der Scheiß wirklich? Warum kann man nicht einfach sagen, man, man ist zusammen und man ist noch nicht festgetackert. Er kann sich jederzeit trennen, ne? Mein Gott, ne? Also das gefällt mir nicht so richtig gut. Aber vielleicht, äh, kommt über diese, diese Gespräche ja eine neue, neue Nähe oder ihr kommt da irgendwie weiter, äh, weil der, ich würde auch sagen, der Rest, ähm, ist ja alles fein, aber irgendwie habe ich da ein grummeliges Bauchgefühl, so, was, 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 was denn damit erreicht werden soll von seiner Seite, so, ne? Also, ähm, das muss ja, also nur, weil ihr sagt, du seid in einer Beziehung, heißt das ja nicht, dass es herausgeposaunt werden muss und ihr jeden Tag, ähm, Relationship Goals, Content macht auf Social Media und ihr in zwei Wochen heiratet, das heißt das ja alles nicht, ne? Irgendwas wollte ich immer noch sagen, ähm. Ja, also vielleicht wollte ich sagen, dass ja, äh, ich sage ja immer, in diesen SLAA-Gruppen, Sex and Love, Addicts, Anonymous, äh, legen die ganz großen Wert darauf, dass eine Beziehung besteht, bevor man zu viel Sex hat und so, ähm, weil die, einfach, weil man einfach nicht will, dass es diese unklaren Muster gibt, die dann wieder Liebessucht auslösen, so, ne? Und, ähm, ja, bis, wie gesagt, bis jetzt nicht viel passiert und ich finde auch, du hast das so weit, das sind ja jetzt auch nur zehn Wochen ganz gut gehandelt, also ich würde jetzt auch jetzt hier, ähm, also zehn Wochen wären mir jetzt ein bisschen lang, aber ich würde jetzt auch jetzt nicht großen Vorwürfe machen, irgendwie so, ähm, also überhaupt keinen Vorwurf, wie gesagt, das hättest du immer noch super schnell geklärt jetzt, wenn du jetzt beendest, ne? Wäre immer noch super Schritt nach vorne, so. Ja, das ist so, was ich dazu sagen kann, wenn da irgendwas, also es besteht immer auch die Möglichkeit, äh, das würde ich aber niemandem empfehlen, der so zu starker Verlust ankneigt und so, es besteht immer auch die Möglichkeit, ähm, also ich finde ja immer, wenn sich jemand so zurückhält und sagt, ähm, nee, ich hab keinen Bock auf Commitment, nee, dann besteht theoretisch dann immer die Möglichkeit zu sagen, ja gut, dann gibt's eben kein Commitment, leck mich am Arsch, ne? So, dann, ähm, ja, können wir uns weiter treffen, du hast keine Verpflichtung, ich hab keine Verpflichtung, äh, haben wir eine offene Beziehung, mach, was du willst, benutze ein Kondom, äh, fertig, ne? Also man, ich finde immer, dass, wenn einer sich so bemüht um die Beziehung und einer sagt, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, äh, keine Ahnung, äh, wir nennen das jetzt hier Mickey Mouse und ja, Spieler spielen nicht mit, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. In diesem Sinne, schöne Zeit zwischen den Jahren, mach die verschiedenen Kurse, Selbstliebe-Challenge geht wieder los am ersten, Manifestations-Challenge geht wieder los, People Pleaser-Kurs gibt's noch Frühbuchverbrecher-Preis, bis dann, schau, äh, die. Musik 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 Musik